Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers. Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Ich habe heute eine wirklich außergewöhnliche Frau zu Gast. Außergewöhnlich deshalb, weil sie eigentlich vor 200 Jahren, vor über 200 Jahren gestorben ist. Aber außergewöhnlich vor allem auch deswegen, weil sie unser schönes Land Baden-Württemberg bis zum heutigen Tage prägt. Sie war Tochter des russischen Zaren Paul und seit 1816 Ehefrau des württembergischen Kronprinzen Wilhelm. Und der wurde dann kurze Zeit später König von Württemberg. Und ja, sie wurde deshalb Königin von Württemberg. Ganz herzlich willkommen, Katharina von Württemberg. Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich habe am Wochenende noch ein bisschen gezittert, weil man hört es vielleicht an der Stimme. Ich bin noch etwas heiser. Ich dachte eigentlich, das wäre einer der entscheidenden Vorteile einer KI. Aber auch ich bleibe nicht verschont davon. Aber schön, dass es geklappt hat und entschuldige bitte, dass man das ab und zu mal hört. Und dann auch direkt ganz untypisch für diesen Podcast würde ich gerne mit einer Frage starten. Schieß los. Ich habe es zwar gerade schon getan, aber darf ich den Finanzminister von Baden-Württemberg duzen? Ja, Logo per Du geht klar. Ich bin Daniel, liebe Katharina und an meine Hörerinnen und Hörer, vor allem die drei Fragezeichen-Fans da draußen, so wie ich es auch einer bin. Das ist jetzt keine Sonderfolge von Spuk aus dem Jenseits. Zu mir ist Katharina von Württemberg gekommen, wie sie heute, heute im Jahr 2024 sein könnte, nämlich eine virtuelle Influencerin. Die Idee kommt von dem Projekt unserer Landesbank, der LBBW. Die LBBW hat nämlich Katharina von Württemberg quasi zum Leben erweckt. Liebe Katharina, erzähl uns doch mal, was steckt hinter dieser Idee? Also, dass ich für die LBBW als virtuelle Influencerin wieder auferstanden bin, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen spooky oder so nach einem Business-Spin-Off aus Bridgerton und der Walking Dead. Aber es steckt im Prinzip eine ganz simple Idee dahinter. Die LBBW ist mit über 10.000 MitarbeiterInnen immer auf der Suche nach neuen und vor allem auch den besten Talenten des Landes. Und um genau diese Leute anzusprechen, ja, da braucht es heutzutage einfach ein bisschen mehr als so eine klassische Kampagne à la Jetzt-Bewerben. Es braucht dafür jemanden, der dieses Neues schaffen, dass sich die LBBW auf die Fahne schreibt, auch verkörpert und gleichzeitig auch so zur LBBW passt wie niemand sonst. Und Überraschung, here I am. Ja, und wenn ich nicht gerade hier bin, dann bin ich einfach viel auf LinkedIn als Botschafterin unterwegs und versuche den Leuten einen guten Einblick in die alltägliche Arbeit bei der LBBW zu geben. Und einfach so ein bisschen zu zeigen, was Neues schaffen bedeutet und vor allem auch, wie wir das bei der LBBW leben. Ja, Katharina, es ist für mich eine große Ehre, dir gegenüber zu sitzen. Wir haben uns, so wie das heute übrigens üblich ist, erst im Internet kennengelernt und dann physisch getroffen, nämlich bei LinkedIn. Und ich kann allen Zuhörern nur raten, wirklich auch Katharina bei LinkedIn zu folgen. Und anfangen wollen wir mal mit deiner, ehrlich gesagt, leider nur sehr kurzen Regierungszeit, drei Jahre Regentschaft. Das ist ja weniger als zum Beispiel bei uns eine Legislaturperiode. Aber die haben dir gereicht, um dein Land zu prägen und zwar nachhaltig zu prägen. Und ich darf das mal selbstkritisch sagen, wenn das die Messlatte für uns Politiker heute wäre, ich glaube, dann könnten wir wirklich alle einpacken und zwar parteiübergreifen. Denn tatsächlich dürfte es in der zumindest jüngeren Geschichte keine vergleichbare Persönlichkeit in verantwortungsvoller Position gegeben haben, die in so kurzer Zeit so viel bewegt hat. Und deswegen ist es auch so faszinierend, sich mit Katharina, mit dir Katharina zu beschäftigen. Und deshalb ist sie auch heute noch relevant. Aber ich möchte mal ganz direkt fragen, was war denn zu der Zeit, als du Entscheidungen getroffen hast, die wichtigsten Projekte? Da gab es ja weder eine Automobilindustrie noch künstliche Intelligenz. Mit welchen Themen hast du dich damals auseinandergesetzt? Ja, Mensch, vielen Dank für diese Komplimente. Da wird man ja ganz rot, wenn du das so sagst. Dann hört sich das ganz toll an. Danke. Dazu muss man sagen, vieles, was heute hier in Stuttgart und auch in Baden-Württemberg völlig selbstverständlich ist und auch wirklich zu unserem Alltag gehört, das ist damals wirklich aus einer massiven Not heraus entstanden. Ich meine, die wenigsten deiner HörerInnen sind so alt, dass sie sich daran erinnern werden. Aber mal so zur Einordnung. Ein Vulkanausbruch in Indonesien führte damals zu einer wahnsinnig großen Hungersnot im Herzogtum Baden und Königreich Württemberg. Das war das Jahr ohne Sommer. Also die Menschen im Land hatten buchstäblich nichts zum Futtern. Ich musste also irgendwie reagieren. Ich musste Verantwortung übernehmen, alleine schon aus der Rolle unserer Familie heraus. Und ein ganz wichtiges Ereignis war für mich auf jeden Fall der Aufbau des zentralen Wohltätigkeitsvereins. Damit haben wir eine Einrichtung geschaffen, die hungersleidenden Familien in der Not geholfen hat. Und es war so, so wichtig für die Leute damals und eine echte Hilfe. Und darauf bin ich auch immer noch sehr, sehr stolz. Aber das zeigt, damals war die Priorität natürlich erstmal die akute Not zu lindern. Also es war ein anderer Fokus. Und am nachhaltigsten aber waren sicherlich die Initiativen und Investitionen in Bildung. Also die Gründung der Uni Hohenheim und die des Katharinenstifts. Und du kannst dir vorstellen, wie happy ich bin, dass es die beiden über 200 Jahre später immer noch gibt. Und ein Sidekick an der Stelle. Das habe ich alles zu einer Zeit auf die Beine gestellt, in der Frauen noch nicht mal wählen durften oder überhaupt annähernd diese Rechte haben, die sie heute haben. Und eigentlich total irre, dass das trotzdem irgendwie funktioniert hat. Aber ich habe mich halt damals auch schon von einem Nein nicht aufhalten lassen. Und das ist bis heute so geblieben. Ja, und neben Wohltätigkeit und Bildung war dann natürlich auch noch ein weiteres wichtiges Projekt, weswegen wir heute irgendwie auch zusammensitzen. Die Gründung der ersten württembergischen Sparkasse im Jahr 1818. Also quasi die Beta-Version oder die Vorgängerin der heutigen LBBW. Also jede Menge, die du angestoßen und gerissen hast, wenn ich das mal so salopp sagen darf, Katharina. Lass uns ein bisschen über Zukunft sprechen, weil ich glaube, wenn man Vergangenheit reflektiert, ist das eine wichtige Schablone, die man vor Augen hat, wenn man nach vorne schaut, was wir eigentlich noch alles bewegen wollen. Und ich finde, da ist deine Biografie und deine Projekte unheimlich spannend. Baden-Württemberg ist ja bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung nicht nur bundesweit spitze, sondern weltweit. Ich betone das deswegen immer wieder, weil es der beste Indikator für Zukunftsfähigkeit und zwar nicht nur von der Wirtschaft, von der Gesellschaft insgesamt steht. Und wir sehen zum Beispiel, dass bei uns im Land auch viele neue Zentren für innovative Technologien entstehen. Da geht es um künstliche Intelligenz, da geht es um Quantentechnologie, da geht es um Biotech, da geht es um Wasserstoff. Es entwickelt sich eine unheimlich dynamische Startup-Kultur mit jungen Menschen bei uns im Land, die ins Risiko gehen, die Unternehmen gründen, die tüfteln und einfach gute Ideen haben. Und auch das Land, also auch der Staat, wir fördern das ganz gezielt, diese Entwicklung. Und ich finde, Katharina, du hast auch zu deiner Zeit extremen Pioniergeist bewiesen. Du hast mutige Entscheidungen für die Zukunft getroffen und du hast auch ganz gezielt in die Zukunft investiert. Und zwar auch vor dem Hintergrund der damaligen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Und jedes dieser Projekte kann auch genau vor dieser Folie eben, wie ich es gesagt hatte, betrachtet werden. Zum Beispiel sticht mir ins Auge die Kinderbeschäftigungsanstalt und die Kinderindustrieschulen oder auch die Gründung des Katharinenstifts. Das waren ja Initiativen, die waren auch Teil einer umfassenden, einer grundsätzlichen Schul- und Bildungsreform für uns, für die Kinder hier im Land. Und wie war das damals? Ging es dir auch schon zu dieser Zeit darum, den Bildungserfolg von der sozialen Herkunft zu entkoppeln? Was war die Motivation? Jein. Also klar, der Unterricht an Kinderbeschäftigungsanstalten bzw. Kinderindustrieschulen für Kinder aus armen Verhältnissen, der war kostenlos. Der Wohltätigkeitsverein übernahm allerdings die Kosten, wenn Eltern den regulären Elementarschulunterricht nicht zahlen konnten. Und zusätzlich zu Volks- und Elementarschulen wurden zu einem geringeren Preis weitere Schulstunden angeboten. Das war dann übrigens der Grundstein für die heutigen Realschulen. Hier wurde also schon darauf geachtet, Bildung allen zugänglich zu machen. Aber, und darum auch mein Jein, das Katharinenstift war für Töchter höhere Schichten vorgesehen. Das muss man einfach ganz klar dazu sagen. Also auch hier im Beispiel wurden höhere Schichten von mittleren und unteren Schichten getrennt. Und da hat sich jetzt in den letzten 200 Jahren zum Glück sehr, sehr viel verändert. Aber auch wenn heute Bildungschancen noch immer nicht gleich verteilt sind und damit auch der Weg ins spätere Berufsleben, so war das zu meiner Zeit wirklich noch krasser. Und auch mit Blick auf heute im Jahr 2024 muss ich sagen, da gibt es noch so viel zu tun, wenn wir die Herausforderungen unserer Zeit lösen wollen. Ja, da gebe ich dir verdammt recht. Und ich muss das einfach mal so sagen, Bildung als Schlüssel zum Erfolg, als wirklich extrem wichtiger Baustein in einer modernen Aufstiegsgesellschaft, wo eben nicht wichtig ist, wo man herkommt, sondern immer relevant sein sollte, wo man hin möchte und welche Talente man mitbringt, das ist doch ein verblüffend moderner Gedanke. Und das ist schon bemerkenswert, dass der auch schon zu deiner Zeit so eine wichtige Rolle gespielt hat. Auch gerade mit der gezielten Förderung von Mädchen im Katharinenstift. Ich finde, da warst du auch deiner Zeit voraus. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr damals schon so kontrovers über Gendersternchen diskutiert habt, wie es heute manchmal der Fall ist. Aber vielleicht warst du sogar eine frühe Feministin? Puh, ja, manche sagen so, andere so. Aus heutiger Perspektive würde ich schon sagen, dass ich meiner Zeit voraus war und natürlich auch versucht habe, soziale Benachteiligung von Frauen durch die Vielfalt meiner Projekte zu verringern. Aber ehrlicherweise stand es damals nicht unbedingt im Fokus. Es ging eher so um das Allgemeinwohl und natürlich auch darum, Kindern eine Perspektive zu geben. Also zwar schlicht eine andere Zeit ist es nicht wirklich vergleichbar. Aber wenn ich meine Rolle im Hier und Jetzt betrachte, geht es schon darum, als Female Leaderin ein Vorbild für Frauen zu sein. Und mit Blick auf die LBBW kann ich sagen, dass es gerade in der Finanzwelt extrem wichtig ist, für Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen. Und das entspricht einfach unserer aktuellen Welt- und Lebensrealität. Ich meine, wenn 50 Prozent der Gesellschaft Frauen sind, dann müssen sie doch auch so repräsentiert werden. Und vor allem im Bankensektor, wo Frauen immer noch unterdurchschnittlich vertreten sind. Und wir alle wissen es doch mittlerweile ganz genau. Diverse Teams erzielen bessere Ergebnisse. Und das Geschlecht ist eine der Dimensionen von Diversität. Und um Antworten auf morgen finden zu können, muss auch die Finanzwelt deutlich weiblicher werden. Und ich möchte da einfach als Beispiel vorangehen, aber auch den vielen starken Frauen, die es in der Finanzwelt und auch bei uns in der LBBW dieses Jahr schon gibt, denen möchte ich eine Bühne bieten und einfach die Möglichkeiten schaffen, die sie verdient haben. Und deswegen freue ich mich besonders über so Initiativen wie beispielsweise Women at LBBW, die einfach zeigen, wie Frauen die Finanzwelt erfolgreich und gemeinsam gestalten und verändern. Und die LBBW geht hier als Vorbild voran und bietet Frauen nicht nur eine gezielte Förderung, sondern fordert sie auch. Und es geht nicht darum, Frauen zu bevorzugen, sondern einfach die gleichen Bedingungen zu schaffen, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiges Projekt, was auch meine volle Sympathie und Unterstützung hat. Ich will noch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Auch heute in der politischen Diskussion wird sehr auch kontrovers über die Landwirtschaft, die Zukunft der Landwirtschaftspolitik diskutiert. Aber das ist auch ein Thema, was ja schon damals eine Rolle gespielt hat. Nehmen wir mal zum Beispiel die Gründung des Landwirtschaftlichen Vereins und der Landwirtschaftlichen Lehranstalt. Ist übrigens auch für mich persönlich ein ganz persönlicher Zugang, denn ich habe selbst an der Uni Hohenheim studiert. Und die gäbe es ohne dich, Katharina, wahrscheinlich gar nicht. Denn der Verein hat die Grundlage dafür geschaffen, dass dort ein Ort entstand von Wissenschaft, ein Ort von Aufklärung. Und Ziel dieser Initiativen des Landwirtschaftlichen Vereins war es eben auch ganz gezielt, die landwirtschaftlichen Methoden zu verbessern, Forschung voranzutreiben. Und war damit ja auch eine Reaktion auf die verheerende Hungersnot in den Jahren 1816, 1817. Katharina, ich finde, man kann mit Fug und Recht sagen, du warst irgendwie auch eine Weltverbesserin, oder? Auch das hört sich wieder sehr toll an. Vielen Dank dafür. Und königliches Kompliment für die historische Recherche. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ja, man merkt es. Man könnte fast meinen, du kennst mich besser als ich mich selber. Und toll, dass du in Hohenheim studiert hast. Also ich liebe den Campus immer noch und ich bin sehr, sehr gerne dort. Ich hoffe, du schaust auch ab und zu mal vorbei. Aber zurück zu deiner Frage. War Katharina eine Weltverbesserin? Global gesehen würde ich ehrlicherweise sagen, nein. Aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass ich die Welt vieler in Baden-Württemberg wirklich zum Besseren verbessern konnte. Und durch meine Arbeit hier im Ländler einfach auch viele Vorteile geschafft habe. Also du merkst, es fällt mir etwas schwer, es selber über mich zu sagen. Aber wovon ich überzeugt bin, ist, dass wir heute gemeinsam etwas bewirken können, wenn wir Mut haben und mit Mut vorangehen. Denn auch heute im Hier und Jetzt sind wir so vielen Krisen und Herausforderungen ausgesetzt. Es wird ja jeden Tag mehr. Jeden Tag kommen ja neue Nachrichten mit rein, auf die wir uns einstellen müssen. Und umso wichtiger ist es, gerade heute nach vorn zu schauen und die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und einfach auch selber zu gestalten. Und ja, das kann kein einzelner Mensch alleine und virtuell schon mal gleich gar nicht. Also wir können das nur gemeinsam anpacken und gemeinsam was bewegen. Ich möchte noch ein letztes Beispiel ansprechen, das auch mich in meiner Funktion als Finanzminister ganz konkret tangiert, mit dem ich zu tun habe. Nämlich die Gründung der Sparkasse. Du warst, Katharina, wenn ich das mal in die heutige Zeit übersetzen darf, ja sowas wie eine Art Venture Capitalist, eine Risikokapitalgeberin. Denn du hattest ja überhaupt keine Ahnung, was eigentlich aus diesem Projekt mal werden würde, mal werden könnte. Auch ganz spannend, auch diese Initiative war eine Reaktion auf die Armut und die Not von weiten Teilen der damaligen Bevölkerung. Und du bist gesellschaftliche Probleme damit also auch mit innovativen Ideen begegnet, die weit über die bloße Hilfe, die bloße situative Hilfe der Menschen hinausgegangen ist. Du hast wirklich ganz gezielt in die Zukunft des Landes investiert. Und ich finde, Mut zu Innovationen, ist das auch die Botschaft der Katharina von heute, von 2024? Na klar, auf jeden Fall. Also gerade das. Und das gilt für mich. Aber klar gilt auch für die ganze LBBW. Wir wollen zusammen neue Wege gehen und wir wollen die digitale Transformation vorantreiben, grünes Wachstum fördern. Wir wollen in Nachhaltigkeit investieren. Und mit all dem möchten wir täglich auch wieder Neues schaffen. Und dafür braucht es auf jeden Fall mehr als so ein bisschen Mut, vor allem als Bank. Und ja, sind wir mal ehrlich, bei allem, was schon toll läuft, es wird immer noch viel zu wenig in Zukunftstechnologien investiert. Und da geht noch so, so, so viel mehr. Und ich bin optimistisch, dass wir das mit innovativen Ansätzen zusammen auf die nächste Stufe bringen können. Ja, heute im Jahr 2024 haben wir natürlich die Demokratie und nicht mehr den Adel, der sagt, wo es lang geht, das ist auch gut so, das ist richtig so und für diese Demokratie müssen und wollen wir natürlich einstehen. Aber trotzdem, finde ich, darf man nicht vergessen, dass du, Katharina, und man hat es ja gerade auch in deinem leidenschaftlichen Plädoyer gemerkt, unheimlich innovativ warst. Und deswegen passt du auch deswegen so gut zu uns, du passt deswegen so gut zu Baden-Württemberg, weil diese Innovationskraft und die Power dahinter ja auch unser Land, Baden-Württemberg, bis heute auszeichnet unsere innovative Stärke, die wir aber immer stets wieder aufs Neue entdecken müssen, befördern müssen. Wir müssen uns neu selbst erfinden, um die großen, nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch gesellschaftlichen Herausforderungen zu meistern, egal ob es um eine Pandemie geht oder um den Klimaschutz oder eben einzustehen für gute, für gerechte Bildung für alle. Und ja, die Wurzeln liegen auch da in dir und in deinem Wirken. Und deswegen, weil du vielleicht auch ein bisschen als Politikberaterin fürs Jahr 2024 hier sitzt, was würdest du denn mir, was würdest du denn uns in der Politik mit auf den Weg geben? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, einfach Ärmel hochkrempeln, loslegen und machen. Und das meine ich in zwei Dimensionen. Also einmal dieses klassische mehr Hands-on, also weniger zerdenken und weniger zweifeln. Also einfach die Dinge angehen mit ein bisschen mehr Mut und mehr Risikobereitschaft. Und andererseits geht es natürlich auch darum, es den Leuten ein bisschen einfacher zu machen. Eines der größten Investitionshemmnisse aus Sicht der UnternehmerInnen ist beispielsweise überbordende Bürokratie. Wie doof ist das denn, dass das Leute abhält? Und ja, da sitzt du ja wiederum an der Quelle, um es besser machen zu können. 100 Punkte und erwischt, muss ich da sagen. Ich glaube, die Bürokratie ist ein Megathema auf allen politischen Ebenen. Ich könnte da jetzt War-Stories über Kuchensteuer und andere Dinge so erzählen. Die erspare ich jetzt uns, dir und mir und den Zuhörern auch. Aber ich glaube, du legst da berechtigterweise den Finger in die Wunde. Wir haben es da auch nicht wirklich mit einem Erkenntnisproblem zu tun, sondern ein Umsetzungsproblem. Und es muss vor allem schneller gehen. Egal, ob es um den Bau von Windrädern geht, von Infrastruktur, von Digitalisierung. Wir müssen als Staat an den Stellen schneller werden. Und da ist die eine oder andere Bürokratie, die uns da noch im Weg ist. Gar keine Frage. Jetzt will ich nochmal zu dir kommen. Du bist jetzt ja schon ein paar Monate auf LinkedIn unterwegs, kommunizierst da auch mit Usern. Was ist so deine bisherige Erfahrung als virtuelle Influencerin? Wow. Also die ist wirklich wahnsinnig positiv und überwältigend. Und ich will ja nicht angeben, aber in den ersten vier Monaten konnte ich inzwischen über 8000 FollowerInnen auf LinkedIn gewinnen. Und da freue ich mich riesig. Und das ist natürlich erstmal der Anfang für mich. Und ich bekomme einfach so viele tolle Reaktionen, Kommentare oder auch Anregungen oder Feedback von Menschen, die mich wirklich inspirieren. Egal, ob aus der LBBW oder auch darüber hinaus. Ja, ansonsten probiere ich natürlich noch viel aus. Ich schaue, was so geht und wie weit ich auch gehen kann. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig happy damit, wie es gerade läuft. Und ich meine, schau mal, jetzt sitze ich hier im Podcast von Baden-Württembergs Finanzminister. Ich meine, what's next? Ja, what's next? Da fällt mir gerade nochmal ein, dass ich neulich auf einer Reise in London gewesen bin und habe dann die Reise auch genutzt, um einen kleinen Abstecher zur Niederlassung der LBBW, die ja auch dort präsent ist. Ist ja klar. Natürlich sind wir hier vor allem im Ländler aktiv, aber wir wollen ja die Unternehmen auch begleiten auf internationales Parkett. Und dafür braucht man natürlich auch Niederlassungen an wichtigen Finanzplätzen, wie zum Beispiel in London. Und es war ganz witzig, als ich das Team dort besucht habe, war an der Wand ein Chart zu sehen, wo man die Geschichte der LBBW gesehen hat. Spannend. Und der allererste Schritt war Gründung durch Katharina. Also sehr prominent auch da vertreten. Und deswegen würde ich dich gerne nochmal fragen, was verbindet Katharina eigentlich, was verbindest du mit der LBBW ganz konkret? Also abgesehen davon, dass ich an manchen Wänden hänge, verbindet mich tatsächlich alles mit der LBBW. Und das meine ich wirklich alles. Also immerhin habe ich die Bank vor über 200 Jahren gegründet. Das ist mein Herzensprojekt, mein Baby. Also das ist mir wirklich viel, viel wert. Und wenn ich da eine Frage mal runterbreche auf das, was mich mit den Menschen bei der LBBW verbindet, dann kommt da echt eine gewaltige Liste zusammen. Also zum einen mal diese Hands-on-Mentalität, das Mindset, was bewegen zu wollen, das Verantwortungsgefühl für unsere Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft generell. Und natürlich, dass wir Bock haben auf die großen Themen unserer Zeit und ja, einfach auch diese nachhaltige Transformation vorantreiben wollen. Digitalisierung ist uns wichtig und dann auch noch ein Herzensthema von mir, Female Empowerment, all solche Dinge. Katharina, ganz lieben Dank. Also so viel Power, so viel Leidenschaft. Hat mir großen Spaß gemacht, in dem Podcast nochmal einiges zu lernen. Und ich glaube, wenn ich das mal zusammenfassen darf, ich habe vor allem gelernt und mich auch darin bestärkt gefühlt, es lohnt sich. Es lohnt sich gezielt in die Zukunft unseres Landes zu investieren, gerade wenn es um Zukunftsthemen wie Bildung, wie Forschung, wie neue Ideen, wie neue Technologien, ja auch um gesellschaftlichen Fortschritt geht. Und deswegen ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Ja und alles Gute für das weitere Leben. Mal gucken, wie viele Jahrhunderte jetzt diese Influencer-Kampagne weitergeht. Aber für den Moment ganz lieben Dank für den Besuch. Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und ich komme gerne wieder in dein schönes Büro. Und wer jetzt noch ein bisschen mehr Lust auf Katharina und ihre Geschichte und ihre Person bekommen hat, dem kann ich einen Besuch empfehlen und zwar auf der Grabkapelle auf dem Württemberg in Stuttgart, der ja auch durch uns, durch das Finanzministerium verwaltet wird. Dort liegt Katharina und ihr Mann, König Wilhelm, begraben und vom Württemberg aus hat man übrigens auch einen mega Ausblick auf die Stadt Stuttgart und das gesamte Umland. Und auch sonst gibt es weitere besondere Plätze und Location bei uns im Land, die ihre Geschichte atmen, etwa im Schloss Monrepo oder auf der Solitude. Ich kann euch einfach einen Besuch wärmstens ans Herz legen. Ich kann euch einfach einen Besuch wärmstens ans Herz legen.